Es ist eine schlechte Luft in der Welt. Wir dürfen uns im Frieden doch nicht wie im Kriegsfall benehmen. Man würde glauben, dass wir Schuld tragen am Nebel. Ich wandere aus. In ein Land, wo es keinen solchen Nebel gibt. Wo es keinen solchen Nebel geben kann. Ein Kind soll auf einer Wiese spielen. In einer wunderbaren, klaren, leuchtenden Luft. Ich will hier kein Kind aufziehen. Wie bitte? Ich? Also, jetzt mal. Meine Aufgabe ist es, die Wahrheit ins Licht zu bringen. Ich wöne Musik. Ich wöne mental. Ich wöne merchants. Und ich so takie téged undesystem.